Welche Tonnitzes-Gott-Mannschaft kennt man auf der ganzen Welt? Wie heißt dieser Klub, der schon achtmal die Schale hielt? Wer hat schon gewonnen, was es jemals zu gewinnen gab? Wer bringt der Geld, den können die Bayern vom Gewinnen ab? Borussia Dortmund, beste Mannschaft, die es jemals gab. Leider gab es in den letzten Jahren keinen Meistertag. Borussia Dortmund, beste Mannschaft, die es jemals, jemals gab. Leider gab es in den letzten Jahren keinen Meistertag. Borussia Dortmund, diese Mannschaft mit viel Klasse und Geduld. Borussia Dortmund, beste Mannschaft, die es jemals, jemals gab. Borussia Dortmund.